So ein Scheiß-Peter stehst du auf dem Schrapp und wirst dich überfahren. Dann siehst du ja gar nichts mehr. Wir haben ja etwas, dass du alles jetzt gut erzählst. Ja! Sei mal still. Hallo? Schiff hier ist ein wichtiger. Ich glaub ich bin. Er hat ja so schönes Motorgeräusch. Ach so. Und dann kam du Elkel.